Das ist Bene, ein ganz alter Hase. Bene sind Siege sehr wichtig. Deswegen hat er eine eigene Siegeshalle auf seiner Homepage, wo er alle seine Siege einträgt. Als er eine Poké-Tuber-Pause machte, gewann er Inkognito eine weitere Liga und nennt sich ab sofort feierlich King of Draft. On Guard, Eure Majestät, Vince Vince fordert Euch zum Kampf. Und drückt den Abo-Button. Na, liebe Kaffee-Freunde? Hallöchen und herzlich willkommen zum NPBL-Spieltag gegen Bene. Es geht heute ins Eingemachte. Bene ist drei Punkte vor uns. Und wir haben die Chance, heute Bene einzuholen. Seines Zeichen Champions. Also Champion von jeder Liga, die es jemals gegeben hat. Und er hat Monster bei. Und zwar hat er andere Monst dabei. Also nicht alle, aber ein paar andere Monst. Ich habe zum Beispiel Rotom in keiner Dimension gesehen. Habe eher mit Roselia gerechnet. Hatte er keinen Bock drauf. Ist okay. Primarene ist ein Problem. Wir haben nur und nur Blissey dafür. Weil es hat den Energy Ball. Ergo kann da Snooprock, also sei es mit Tod, nicht dauerhaft rein. Nein, könnte halt auch Spekt sein. Kapira braucht 30% Chip oder so. Wir lieben mit Rotom. Gerade, ich erwarte, ich erwarte, dass gerade deswegen hier Primarene kommen wird. Und dann sollten wir erstmal auf irgendetwas Spektorn bekommen. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich doch nicht Blackslash gespielt habe. Weil, also Roselia war halt ein möglicher Switch-In für Rotom. Und ich wollte jetzt nicht Blackslash gegen Blackslash tauschen und meinen Trick offenbart haben. Bin ich ja Play. Puh. Oh Gott, ich bin aufgeregt. In einer ganz anderen Dimension. Bin ich ehrlich. Also, bin ich ehrlich. In einer ganz anderen Dimension. Okay. Wir dürfen ran gegen Bene. Puh. Jetzt war immer kleiner Fanboy. Mal gucken. Aber, bin ein bisschen, ein bisschen more confident, seitdem wir MindTube verhauen haben. So. Da ist das Primarene. Perfekt. Damit können wir arbeiten. Und, äh, wollen wir nicht lange warten. Gehen wir hier auf den Trickbetrug. Und ich denke mal, er wird jetzt hier hart rausgehen. Das andere würde mich, würde mich wohnen. In. Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Was habe ich hier stehen? In, äh. Rotom. Ganz geil wäre jetzt halt ein Rider. Okay, er bleibt drinnen. Ähm. Okay, dann hat jetzt Primarene Trickbetrug und Rotom richtig wenig Leben. Nein! Oh, nicht die. Mann! Das ist MindTube auch passiert. Auch Assault West. Trickbetrug. Gegen Primarene. Natürlich gegen Bene in dem Fall. Grüße gehen raus an MindTube. Hätte ich daraus lernen können. Ich habe die Assault West hier nicht gesehen. Also mir war klar, dass das Thing Choice Pack ist, weil nach 30% Chip oder so zwei Hydro-Pumpen selbst Blissey raushauen und ich einfach nichts anderes für Blissey, äh, für Primarene habe. Und ansonsten auch einfach die Rollwände auf Grandiras, den ich übrigens gar nicht so sehr erwartet habe. Da ist er, sehr, sehr bunt. Das Baby. Hm. Text. Ach so, sich da natürlich immer schön gegen Blissey setten kann oder Dinge tun kann. Und das, ähm. Ist ein Problem. So, vielleicht nehme ich einfach wieder beide Hände. Schützt Thelan vor, habe ich gehört. So. Jetzt wird schon raus. Und. Ja. Schwierig. Ich habe nicht so richtig mit Grandiras gerechnet. Also ja, ich habe gerade noch erzählt, mit der Flip-Turn kann er in Grandiras und so. Hm. Aber, äh, Pixie war halt... Ich habe nicht mit gerechnet, war Bullshit. Ich habe mit... Ich habe darauf gehofft, dass es zu Hause leistet und ich Pixie nicht mitnehmen muss, weil Pixie Pflicht ist für das Drecksvieh, aber es ist irgendwie Bullshit. Wir gehen... Sind wir in Xerox? Nee. Wenn er sich settet, der hat Feuer-Coverage. Ist Unsinn. Dann gehen wir direkt in Victini. Er weiß nicht, was wir haben. Wir sind ein bisschen spät rein, um den Toyscarf zu bluffen. Ähm. Aber selbst wenn er sich settet, ähm, hat Victini die Psycho-Coverage und sollte ihn hier... Ausnehmen ist Schwertanz. Okay. Dann... Sind wir fein. Dann sind wir fein, sage ich. Ich will halt nicht prädik... Ich will halt nicht prädik... Ich mach den mit... Also ich mach den eben Psychogenese-Play, oder? Switch-Ins halten sich im Rahmen dafür. Ich denke mal, dass hier tatsächlich Riesel rauskommen wird. Aber auch der sollte vom Psychogenese eigentlich ganz eher nicht anbekommen. So. So. Okay. Baby wieder raus. Schwertanz. Den schreiben wir uns auf. Und es kommt... Last Hope. Last Hope. Also dann ist, äh, die letzte Hoffnung aber sehr früh angesagt. Uh. Let's death drop. Okay. Ja, die hat Bene gerade irgendwie... gekauft. Bin ich ehrlich. Letztes Game hat er auch so einbekommen. Ähm. Gut. Der Energy Boy kill... Also vom Damage her würde ich sagen, ist der speziell defensiv. Weil die Psychogenese hat nicht so viel gemacht. Ähm. Hm. Möglich. Äh, Energy Boy... Er hätte halt killen können. Dann aber jetzt... Er hat halt sowieso. Den auf den Schippen... Komm, ich spiel mit Quant. Ich... Ich predigte hier nichts. Ich predigte nichts. Ansonsten habe ich immer noch ein schnelles Mann drin, der was Ärger machen kann. Sonst kommt Rot rum. Okay. Also hätten wir hier... Predigten können. Und sollen. Aber ist halt nicht. Okay. Keine Lefty. Keine Lefty. Gehen hier für den Flammenball. Also ja... Man könnte jetzt hier auch wieder für den Predict gehen. Aber... Es ist immer noch schöner Schaden. Und es kann burnen. Wir haben die 30% der Burn-Chance. Wenn Grandiras reinkommt, ist das okay. Wir sind Schelle, haben Psychogenese. Ähm. Ich sag grad dir, es kommt rein bei C-Ring-Shot, wo ich kugelsicher geblockt führe. Und äh... Ja. Kommt Primerine rein. Okay. Und burn? Kein Burn. Hat die Lefty. Okay. So. Ähm... Energieball keilt jetzt hier garantiert noch nicht. Dafür hat es gerade zu wenig Schaden gemacht. Wir würden enormen Schaden machen. Wir würden allerdings auch Bikini verlieren. Das ist hier einfach nicht der Black. Wir könnten Rotom einwechseln. Könnten Rotom einwechseln. Aber... Also mit der Assault, was wir machen, aber dann halt. Wobei, Volt Switch. Dann wäre Rhydon da. Ne, ne, ne. Wir machen das so. Wir gehen in Capira. Dafür ist es da. Wenn die Rollwände kommt, tragen wir den Rocky Helmet. Rollwände kommt. Und tatsächlich kann... Da primär noch nie lange drinnen bleiben. Weil er hat ja den Klettoren. Bibische Freude. Ähm... Das... Ja, Grandiras wahrscheinlich, oder? Ja, okay. So. Jetzt habe ich das Problem, dass er weiß, ich bin willens sehr offensiv in Victini zu gehen. Grandiras kann potenziell das Erdbeben haben. Und wenn der SD hat, wird er auch einen Schuppenschutz haben. Ähm... Er wird sich nicht nochmal setten, weil er hat ja gemerkt, dass es nicht funktioniert. Er zieht jetzt also entweder einen Doppel oder er greift an. Und ohne Setup müssten wir das mit Teleport ganz gut wegdenken können. Vielleicht hätte ich sogar die Chance nutzen sollen und hätte... Ne, wenn der... Ne. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich Pannsteine hätte drücken sollen, aber in keiner Welt, weil es kommt der Schuppenschutz. Und wir machen jetzt folgendes. Wir lappen jetzt... Oh, Hafnir's Gav. Wo haben wir denn besser am Play? Ich muss schnell machen, ich darf nicht lange überlegen. Ähm... Subatman, er weiß nichts über ihn. Er könnte Skaft sein, es liegen noch keine Tarnsteine. Ergo sieht das nicht. Er muss hier safe spielen. Wir haben nur den Luftschnitt, aber das muss er ja nicht wissen. Ähm... Er ist auf plus 1. Oh, Hafnir's Schindler mit Scheißgav. Ja, ne, er muss hier raus. Er hat hier... Er hat hier keinen Spitz. Hurricane killt. Und, äh... Schuppenschutz killt Oh, Hafnir nicht, dadurch, dass wir sehr, sehr bulky sind. Ich sage... Wir machen das so. Wir machen das so. Let's go. Okay, dass er überlegt, ist ein gutes Zeichen. Ist ein gutes Zeichen. Ich sage, wie ist das? Oh, er bleibt drin. Nein. Also, er dürfte nicht killen. Er dürfte nicht killen. Ich glaube, wenn überhaupt, kann alle... Fünf killen. Jetzt ist gut, jetzt ist gut, jetzt reicht es. Hallo, ich... Hey! Ich habe kein Glück mit Schuppenschuss. Dankeschön. Dankeschön. Böser Schuppenschuss. Nein, nein. Jetzt ist es natürlich schade, dass wir nur Airstlash haben und nicht Hurricane, weil, ähm... Na, jetzt lebt der halt. Äh... Also, ähm... Okay. Dann... Du musst dir hier nochmal für den Schuppenschuss gehen, right? Wobei... Also, wobei, Kampf wirst du nicht drücken. Du hast Swerthands, du hast Schuppenschuss, du wirst den Kampfstep haben und was hast du denn noch? Maybe ein Erdbeamer. Das drückst du auch nicht gegen Oh, Hafnir. Sind wir ehrlich. Also gehen wir in den Scherox. Bitte. Bitte. Wenn... Wenn er jetzt nicht 17 Schuppenschüsse bekommt, sollte das cool sein, nur wir sollten eben mit Bullet Punch rausgehen. Ich habe im Teambild tatsächlich kurz drüber nachgedacht und Bullet Punch von Kugel sicher gefressen wird, weil... Bullet? Ähm... Wird es aber nicht. Fand ich sehr geil. Und, äh, Moonblast irgendwie auch nicht, als ich um die Kapitze hinzunehmen. War faszinierend. War mir sicher, dass so ein Mond rund ist, aber okay. Du wirst schon wissen, was du so... Ähm... Du musst raus. Wirklich kehrt, wenn. Ich... Also ich... Ich... Ich bin ehrlich. Ich maße mir halt nicht an... Bene predikten zu können. Der spielt das deutlich länger als ich. Ich gehe safe. Ich spiele hier mit Grunt. Das hat bisher ganz gut funktioniert. Beim nächsten Mal Grandirats wird es happig, gebe ich zu, aber vielleicht... Wir haben genug Momentum dabei, um das zu fänden. Also ich gehe jetzt hier für Patronenheap. Und... Er... Vielleicht denkt er, wir sind ein Defensiv. Wobei, das wird der Kalken. Wir sehen, wir sind nicht defensiv. Und so. Okay, ja dann... Da kehrt wir eine Roost. Oder ist die eher der Play gewesen? Also wir können hier mit Xerox relativ große Löcher reißen. Ich habe mich nicht für Live Orb entschieden. Obwohl es ein 1-2-Roll ziemlich nice aus sah, bin ich ehrlich. Aber, ähm... Ich habe dann geführt mit einem... Einem... Harakiri Breaker gespielt und fünf anderen Monster. Und dann hatte ich... Keine... Ähm... Ich sage, wie es ist. Du musst dich heilen. Du hast... Also ich... Ich sage, dass Crowbat hier nicht der Play ist. Ich sage, Hirachi wäre hier immer der Play gewesen. Vielleicht wollte er die Kehrtwende preventen. Aber das Ding hat halt auch keinen Rocky Helmet. Also so richtig was geändert hätte. Das ist nicht... Aber er muss sich eigentlich heilen. Eigentlich. Eigentlich. Er muss sich heilen. Und ich habe eine... Role zu killen, solange das Ding nicht full death ist. Und danach sah es jetzt einfach nicht auf. Ich meine, ja... Xerox macht Aura. So, er kann... Die Heatwave haben. Aber wenn ich ihn nicht rausnehme, wird er mich rausnehmen. Aber... Ähm... Aber M, aber M, aber M. So beginnen die großen Reden, ähm... In der Vergangenheit alle mit... Aber M. Aber M, das müsste eigentlich funktionieren. Und vielleicht hat er die Heatwave nicht. Dann kann er mich nicht killen. Let's go. Let's go. Let's go. Ich habe was in meinem Auge. Ich muss weinen. Let's go. Let's go. Let's go. Xerox, let's go. Ja, fuck. Okay, Sturzflug. Das heißt, er killt sich selbst. Und, ähm... Er kann mich hier nicht rausnehmen, wenn er kein Damage-Item hat. Und das hat er ja nun eindeutig nicht. Also... Hey. Wir haben einen Mon besiegt. Das ist, ähm, ein Anfang. Ist ein Anfang. Und wir sind auf bloß zwei. Die Ratschi ist schneller. Die Ratschi ist schneller. Die Antwort. Okay. Hm. 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 Habe ich... Eigentlich... gesagt. Ich war es mir nicht an, Benus-Probedeckten. Und dann drei Sekunden später Benus-Cobait bleibt predetet. Äh, so. Wird er hier Kert-Penten? Oder geht er hier... Er kennt mich nicht. Also, ich weiß nicht, wie viel er von mir gesehen hat. Und... Bisher bin ich in der NPBL abseits von meinen Siegen gegen Not. Und mein Typ wird eher durch Niederlagen aufgefallen. Der wird hier nicht bedenken. Wird hier nicht. Jetzt kommt... Jetzt kommt der Feuer-Move. Und wir haben Druck mit Victini. Right? War ansonsten keine Victini. Die Kehrt-Winne wäre jetzt das Ärgerlichste tatsächlich. Oh, das war... Easy. Natürlich nicht easy. Auch nicht easy. Okay. Ich fühle mich wie auf heißen Kuhlen. Mh... Er muss raus. Er hat nichts. Kehrt-Winne wäre das Schlimmste. Der weiß immer noch nicht, was wir sind. Oder? Haben wir den Move schon gewechselt? Haben wir. Ja, klar. Natürlich. Weil diese ganze Blue-Flayer-Energy-Ball-Geschichte... Ähm... Ja, aber Delegator ist nice. Ich habe den im Original mal mitgehabt für B-Sharp. Also Cesurio wegen dem enormen Sucker-Punch. Weswegen ich halt auch kein... Kein... Kein Choice Victini spielen konnte. Obwohl ich hier eine ganz... Also halbwegs passable Laser-Control habe. Mh... Wenn er hart rausgeht, dann verliere ich nichts. Also dann habe ich halt ein bisschen Chip auf Rotom und stehe halt bei dem. Und der bericht mich dann auch nur mit dem Electro-Move. Hat der Thunderbolt... Der wird den Gras-Move haben. Der wird... Ach, der hat Volt Switch. Sonst denn irgendwas gesehen? Also. Also. Kurz überlegt, ob ich hier kackendreist den Delegator aufgebe. Okay, critted. Ist aber, glaube ich, egal. Hätte den Sub, meine ich, so oder so gebrochen. Ja. Von daher völlig egal. Ähm. Wir nehmen die Psychogenese als Mid-Crowned. Und die reicht. Das ist egal, weil wir sind schneller. Und tatsächlich wäre Psychogenese, glaube ich, schon. Kleppdorn! Wusste ich. War genau so der Plan. War genau so der Plan. Ähm. Ja, ich hätte vorher Psychogenese spielen können. Die ganze Zeit. Das war dumm. Warum habe ich keine Psychogenese gespielt? Wegen... Wegen Girachi? Was denn? Also ja, der könnte in der Gleichung dann auftauchen. Aber... Hat ja jetzt wirklich nur zwischen Rotom und Primarena. Also ich hätte... Ja, aber... Ja, also. Hätte er auch predikten können. Weiß jetzt nicht, ob das der Play gewesen wäre. Aber wäre eine Möglichkeit gewesen. Und jetzt wäre es auf jeden Fall besser gewesen. Dann hätten wir auch schon deutlich mehr Chip auf Rotom. Okay. Von Zweiter. Alles klar. Ähm... Das war einmal Primarena. Die größte Gefahr, die wir hatten. Er hat noch Grandiras. Der muss sich aber setten und ist schon low und in Bullet Punch Range. Also die Welt ist okay. Ähm... Und bei dir bin ich ehrlich. Du hast jetzt den Spätstaff-Trop nicht, ne? Aber... Energy Boy kann killen. Und vielleicht weißt du nicht, dass ich ihn habe. Aber vielleicht denkst du, ich habe die Jute. Ich habe ihn doch schon gedrückt. Ja, okay. Ich bin voll dabei. Ich habe ihn schon gedrückt. So, Energy Boy. Komm. 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 Nein! Nein! Tantestein. Easy. Genauso geplant. Wuhu. Jucken mich tatsächlich. Tatsächlich überhaupt nicht. Ähm... Was drücke ich jetzt? Flammen, Flammen, Flammenball ist schon der Play, oder? Falls Grandiras reinkommt, kannst du burnen. Die Ratschi haut es weg. Ist schon der Play. Ah, ja. Ist schon der Play. Wuhu. Gehen wir, gehen wir kurz mal... Gehen wir kurz mal alles auf Klatt, Leute. So. Das war ein Rizeros. Auch von dem verabschieden wir uns. Good Lord Riders. So, bedeutet... Crowbat ist raus. Grimarene ist raus. Rizeros ist raus. Wir müssen uns Xerox aufheben. Bei Grandiras und Bullet Punch Vanges. Wenn sich das nochmal settet, dann kann ich das bestimmt teuer revengen, aber halt teuer. Muss ja nicht sein. Äh, wenn ich es auch easy revengen kann. Hm. So. Der drückt... Hier, also... Könnte ich Xerox in den... In den Blättersturm reinschmeißen? Denke ich den? Nach Tarnstein wahrscheinlich nicht, oder? Ich sag, der... Der geht hier nicht für den Blättermove. Der geht hier nicht für den Blättermove. Der geht hier für... Thunderbolt. Ja! Nice! Das ist so gut! Das Ding ist gaffed. Äh, wissen wir, war vorhin schneller als Bikini? Glaub ich. Ja, doch, vielleicht. Ähm, was... Was tue ich? Was tue ich? Ich... Icy, maybe... Maybe... Icy... Maybe... Icy... So, und das war's mit... Kann die richtig... Ja, kann die richtig... Ja. Er ist... Wobei, dann wäre ich jetzt auf Erdbeben gelockt. Also, pass auf. Ich... Ich... Also... Also... Ist jetzt ein bisschen dumm. Aber ich sag, Bene muss hier für den richtigen Play gehen. Bene hat... Also, ich... Bene gewinnt hier nicht so viel, wenn er... Also, oder? Sirachi's Garft? Dann war's dumm. Ah! Läuft! Ich hab... Ich hab ne Antigraspäre. Ich glaube, ich überlebe damit auch einen, aber ich hab's nicht gekallt. So. Und, äh... Jetzt ist jemand okay. Ist also... Wobei, jetzt... Jetzt müsste ich... Ich erinnere, oder geh ich raus? Wenn ich jetzt rausgehe, ist Blättersturm, hat nochmal Nervigkeit. Bera wäre... Möglichkeit... Hab ich da... Ne, oder? Ich will jetzt... Denk, 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 denk. Ähm... Ja. Komm. Nein. Was? Äh... Fuck. Ich bin nervös. Okay. Die Antwort. So. Iceeep kommt. Und macht gar nichts. So, jetzt kann... Hirachi Dinge tun. Nicht so ganz viele, tatsächlich. Aber... Komm, wir schmeißen... Wir schmeißen Rotor rein. Damit tanken wir... Den Iron Head ganz gut... Und können Birne drücken. Oder Void wechseln. Jetzt ist es gegen beides. Völlig okay. Ähm... Wenn Rotor kommt, leben wir vielleicht sogar im Blättersturm... Gegen die Assault West. Weiß ich gerade nicht. Wirklich. Ja, wobei, wahrscheinlich nicht nach... Wahrscheinlich nicht nach... Oder so schon? Vielleicht werden wir es sehen. So. Rotor kommt. Mirachi geht. Okay. Dann werden wir es wahrscheinlich sehen. Weil jetzt... Muss... Dafür gehen. Nochmal kann ich ihm... Das nicht vor die Nase werfen. Nochmal geht es nicht. Er muss hier Blättersturm... Blättersturm... Ähm... Ja. Muss hier... Blättersturm werfen. Wir bringen Birne... Und gehen davon aus, dass wir es tanken. Und killen. Zacken. Killen dann Hirachi. Können wir machen. Können wir machen. Hirachi. Hirachi, wir haben gesehen. Fire Punch und die Jute, ne? Und er ist dann direkt raus. Gegen... Ähm... Xerox wird den, glaube ich, nicht tanken nach Traunstein, oder? Scheiße, 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 scheiße. Was tue ich? Ich will es auch nicht, Quidi, für das 6-0 geil fahren. Aber also... Wenn es da ist... Bin ich das... Bin ich das? Ja. Ja. Er sieht schon stark. Okay. Er reicht nicht. Dafür ist Rotom jetzt getroppt. Dafür ist Rotom jetzt getroppt. Ähm... Jetzt... Oh, ich hätte eben... Oh, ich hätte eben einfach... Ähm... Chansey reinschmeißen sollen. Chansey oder... Vielleicht sogar Victinen. Ja, Chansey. Das wäre der Play gewesen. Okay. Ähm... Wir schmeißen Xerox rein. I guess. Also ich kann jetzt Capera reinwerfen, aber dann dauert es nochmal. Aber dann wird er rausgehen. Ich werde mit Seismikloss ein bisschen nerven. Ähm... Ich glaube, ich gehe in Xerox. Die Range-Variante, der war voll, ne? Okay, wir gehen erstmal in Xerox. Erstmal... Erstmal in Xerox. Puh. So. Patronen-Heap-Rand. Du brauchst Rotom noch, um zu gewinnen. Du brauchst es einfach. Wenn ich hier Patronen-Heap drücke, muss ich raus. Weil du kannst hier mit Kehrtwende killen. Vielleicht komm auch nicht nochmal rein. Ähm... Das ist dumm. Nee, ehrlich. Also... Ähm... Kehrtwende. Er muss raus. Ja! Wuhu! Okay. So. Das ist schöner Schaden. Und jetzt ist Seismik-Time, right? Hirachi hat... Hat keine Pflanzen-Coverage. Und... Wenn ich die gerade vercheckt haben sollte, haben wir die... 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 Ähm... Und er könnte jetzt hier den Gamble eingehen, dass ich... Erdbeben drücke, um Hirachi zu... Killen. Sinn? Will ich den nicht sowieso mit Liquidation down? Ich bin halt offensiv, ne? Ich bin halt offensiv. Hm. Hm, 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 hm. Okay. Let's go. Agba durch. Wenn Rotom kommt, okay, ist Rotom raus. Und dann haben wir dasselbe wie jetzt wieder. Nur mit ein bisschen Kehrtwenden-Chip. Läuft. Nehme ich. Nehme ich. Rotom, komm in meine nassen Arme. Bene-Cardor. Selber Bene-Cardor. Okay. Agba-Durchstoß. Kate. Und das war es mit Rotom. Nervinges Vieh dafür, dass ich's nicht erwartet hab. Bin ich ehrlich. Also, ja, klar. Kann man, kann man, kann man nehmen gegen meine, gegen meinen Boden-One, was vierfach effektiv gegen den Zweityp ist, klar. Aber ich hab's im restlichen Match-Up tatsächlich gar nicht so sehr gesehen. Äh. Ja. Hören wir nochmal raus, oder? Oder, was machen wir? Station, let's go. So, Eisenschädel. Jetzt ist Flinchy-Time. Aber, das wird nichts. Nicht gegen Snooprog. Snooprog ist einfach zu tight, um geflinscht zu werden. Und, ähm. Nochmal. Ich bin so dumm. Ich hätte einfach Erdbeben drücken können. Es ist ja gar nicht das Scarft, äh, 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 Seismi gegen die. Bitte nicht flinchen. Yes. Es ist ja gar nicht das Scarft, ähm, Seismi, was wir gegen mein Tube dabei hatten. Okay, warte. Fuck. Fuck. Haben wir gegen Beene gewonnen? Ja. Gegen Beene gewonnen. Den König der Draft League. So, pass auf. Pass auf. Pass auf. Das müsst ihr wissen dafür. Das ist wichtig. Das müsst ihr wissen. Wir haben gestern Abend im Voice gesessen, weil wir noch den Emulator, äh, bauen wollten. Weil wir wollten eigentlich was Cooles für euch, ähm, machen hier mit besserer Grafik. Hat leider nicht funktioniert. Und, äh, in der, in der ganzen Ladezeit haben wir so ein bisschen über, über, ähm, das Match abgesprochen. Und Beene machte so auf total cool. Äh, ja, also, ist aber nicht wichtig, welches Team, weil, sind wir ehrlich, ich hau dich sowieso nebenher weg, ne? Also, ähm, also, äh, und das ist Karma, Beene, mein Freund. Ich verehre Beene. Das ist mir nicht falsch. Ich glaube, Beene ist der beste Competitive-Spieler, den wir in der YouTube-Szene haben. Ähm, aber... Holy Moly, das war Karma. Ehre geht raus an Beene. Schönes Spiel. Äh, damit haben wir Beene, glaube ich, überholt. Ich glaube, wir stehen in der Differenz sogar. Ein oder zwei Punkte vor ihm. Und, ähm, das bedeutet, je nachdem, wie der Rest so spielt, befinden wir uns vielleicht in der Tabellenspitze wieder. Und das bedeutet, es wäre wieder alles drin. Holy Fuck. Ich wünsche euch den schönsten aller Tage. Guckt den Kampf bei Beene. Und haut rein. Ich wünsche euch den Kampf bei Beene.